Dr. Schnaggels Dr. Schnaggels, er weiß nicht mehr, kommt zum Regenbogen Dr. Schnaggels, bau eine Maschine für uns Es geschah an einem sonnigen Morgen Jedes Blättchen an den Bäumen schien zu lächeln Und in meinem kleinen Haus träumte ich noch einen meiner schönsten Träume Da klopfte jemand an mein Fenster Es war der Marmeladenbaum aus der großen Familie der Sirubbäume Guten Morgen, lieber Baum Er möchte mit dir sprechen, sagt er Ich möchte verreisen Reisen? Das ist ja lächerlich, Bäume reisen nicht Warum denn nicht? Sag's ihm, Dr. Schnaggels Das Eichhörnchen hat recht Bäume bleiben viel lieber auf einem Fleck stehen Aber du läufst doch auch den ganzen Tag hin und her Warum denn ich nicht? Da hat er recht Kannst du nichts für mich tun, Dr. Schnaggels? Ja, ich weiß nicht Ein anderer Platz würde es schon tun Das wäre nicht zu viel verlackt Die Krähe hat recht Natürlich hat sie recht Sie und die anderen Vögel fliegen, wohin sie wollen Dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen Ich möchte fliegen können, wie sie Was? Was? Ein fliegender Baum? Das würde ja bedeuten, dass du Flügel brauchst Und wie groß müssten die sein? Das hast du nun davon Ein fliegender Baum Ich wüsste was Hör mal, Doktor Tja, was willst du mir denn sagen, Dennis? Mathilde Ja, Mathilde weiß vielleicht Rat Darum gingen wir alle zu Krik-Krak Wo ich all meine Erfindungen aufbewahr Oh, Beeilung Mach sofort auf Oh, Entschuldigung, Knabber Aua, aua Oh, tut mir auf, was ist leid Also fragte ich Mathilde um Rat Wie können wir Flügel für den Baum machen? Nun, weißt du wie? Es ist ein Vogel Das ist gut Gib mir das, das gehört mir Nein, mir Ja, ja, irgend so ein grüner Vogel Was meinst du damit, Mathilde? Wir waren alle ein wenig ratlos Doktor Schnagels, ich glaube, ich habe es verstanden Es gibt nur eine Art, wie man fliegen kann Und die wäre, mein lieber Quiffi? Na, wie ein Vogel natürlich Aber wir haben ihm schon Flügel gemacht und das ging nicht Flügel? Diese Holzdinger mit Papier nennst du Flügel? Ich meine natürlich echte Flügel, so wie meine hier Nun reg dich mal nicht auf Und wir brauchen einen guten Lehrer, jemand der wirklich etwas vom Fliegen versteht Warum musst du immer so plärren? Wenn wir es nun täten, wir brauchen eine Menge Federn Woher nehmen wir die? Wir haben doch Federn, Doktor Schnagels Alle Vögel aus dem Schnagelwald boten ihre Federn an Um Flügel für den Marmeladenbaum zu machen Oh, oh ein Schee! Es ist nichts passiert Alles in Ordnung Baum Und wir haben genug Federn für dich Das war schon eine Arbeit Erst die Flügel machen und sie dann am Baum befestigen Aber unter Quiffis Leitung dauerte es gar nicht so lange Den linken Flügel etwas höher So ist es gut Doktor Und schließlich war der Baum fertig Jetzt schau hin und mach es nach Ja, mach ich So, ja! Au! Au! Oh, Entschuldigung Hier ist im Moment so gefährlich, geht nach Hause Und weiter Schneller Und jetzt mal den Anderen Richtig so Und der Flug unterricht den Gang Der Baum hopste herum und probierte sich in die Luft zu erheben Und alle Vögel gaben ihm gute Ratschläge Flieg auf! Weg! Weg! Weg in die Luft! Weg! 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 Ich probier's ja schon Was ist denn das? Ich werd verrückt Ein fliegender Baum Ja, nur weiter so, es wird schon Los, los, los Hahahaha Es war kein Zweifel mehr möglich. Mathilde hatte recht gehabt Wenn ein Baum tatsächlich fliegen will, kann er es nur so machen wie ein Vogel Oh, das war schon immer mein Traum. Als ob das was Besonderes wäre. Das habe ich schon mit vier Wochen gelernt. Schlage mit den Flügel und du fliegst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Rauf, runter, rauf, runter. Ja, Schuh. Ja, du, ja, ja. Ja, du wirst es ja wohl können. Du bist der einzige fliegende Baum auf der Welt, Baum. Ich? Es war wie ein Wunder. Die Flügel trugen ihn mühelos durch die Luft. Jetzt kannst du fliegen, wohin du willst. Inzwischen hatte sich Knabber die Maus auf eine Käse-Expedition begeben. Und war hinter meinem Lieblingskäse her. Fliegen, fliegen, fliegen. Fliegen? Mehr bekommt der Käse nicht mehr. Der erste fliegende Baum der Welt. Und das war wahr. Er schoss herab und stieg auf, kreiste über dem Wald den lieben langen Nachmittag. Er flog jetzt schließlich höher und höher, bis auch die Vögel ihm nicht mehr folgen konnten. Wir verloren ihn aus den Augen. Wir warteten stundenlang auf ihn, aber er kam nicht wieder. Kein Zweifel, der Marmeladenbaum hatte sich im Weltall verirrt. Wir würden ihn suchen und zurückbringen müssen. Aber das ist mein Raumschiff. Die Rakete ploff ploff. Ich kann damit überall hinfliegen. Ich schickte Dennis los, das Radio zu holen. Der Kürze halber nenne ich es rar. Es kann das Wetter voraussagen und ist außerdem ein lustiger Reisegefährte. Was hat Schnagels denn vor? Ach, dieser verrückte Baum hat sich irgendwo im Weltall verirrt. Wo denn ungefähr? Weiß ich doch nicht. Was machst du denn? Lass den Käse stehen. Oh, naja, Möhrchen schmeckt nicht. Aber der Käse beunruhigte Knabber am meisten. Er beschloss dorthin zu gehen, wohin der Käse ging. Das heißt, als blinder Passagier an Bord von ploff ploff. Das werde ich noch bereuen. Ich weiß es. Alles, was wir für die Reise brauchten, war verstaut. Es konnte losgehen. Wo ist mein Marmeladenbaum? Ich weiß es nicht, Eichhörnchen. Er kreist da irgendwo oben herum. Ich kann nur hoffen, dass wir ihn finden. Wir werden überall nach ihm suchen. Wer weiß, vielleicht ist er ja im Regenbogenland. Kommt, alles einsteigen. Es ist alles in Ordnung. Na, das erwarte ich auch. Es wurde Zeit für den Countdown. Absinken der Temperaturen und stellenweise Frost. Oh nein, ich friere jetzt schon an den Ohren. Gestern wird es sein wie heute und heute wird es sein wie morgen. Und das war das Ende der Wetterdurchsage. Alles klar, wir heben ab. Sechs mal zwölf ist vierundachtzig. Nein, sechsundsiebzig. Vielleicht zwei. Na, macht nichts. Alles klar, dann fertig los. Zehn, neun, acht, sieben, acht, elf, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los. Langsam stieg die Rakete ploff, ploff in den Abend hin. Und ich sah unter uns mein kleines Haus kleiner und kleiner werden. Oh, da fliegt er. Glaubst du, dass Schnackels ihn findet? Wen denn? Wen soll er finden? Den Marmeladenbaum, natürlich. Aber die Eule schlief schon wieder. Es war zum Verzweifeln. Nirgends konnte ich den fliegenden Marmeladenbaum sehen. Vielleicht hat er sich auf der anderen Seite des Mondes versteckt. Nein, er hat sich ganz bestimmt verirrt. Hätte ich doch nur meine Wer-was-wo-Maschine mitgenommen. Die wüsste sicher, wo der Marmeladenbaum steckt. Weißt du, wo er ist? Hä? Wir müssen ihn finden. Ja, sicher, sicher. Wir müssen ihn finden. Ah, ein wildgewordener Komet schoss an unserem Fensterchen vorbei. Verschweifeln. 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 Auf einmal waren es sechs. Die frechsten Kometen, die man sich vorstellen kann. Verschweifeln. 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 Meine Güte, wir kommen gleich die Möhrchen hoch. Da kommen sie schon wieder. Na wartet. Kurz entschlossen warf ich eine Portion von dem grünen Niespulver ins Feuer. Das hat ihm noch immer geholfen. Du? Ein blinder Passagier. Das ist Knabber. Ich war so allein. Du meinst hungrig. Sollen wir ihn über Bord werfen? Armer Knabber. Er wusste nicht, dass Dennis nur einen Witz machte. Dr. Snuggles, komm mal schnell her. Aber ja, was ist denn? Sind wir schon so weit? Es war der Regenbogen. Länger als Millionen Träume und höher als Millionen Wünsche. Er reichte bis hinter die Sterne. Wer weiß. Vielleicht konnten wir ja den Marmeladenbaum irgendwo im Regenbogen finden. Guckt mal. Überall schwebten rosa und lavendelfarbene Wölkchen. Aber nirgendwo eine Spur vom Marmeladenbaum. Halt. Was war das? Zwei kleine Hügel. Was macht eine rosa Wolke mit zwei getüpfelten Hügel hier im Weltall? Mach auf! Wäre ich bloß nie mitgefahren. Willkommen im Lavendel-Traumland. Wer spricht da? Ich. Dich, dem ich schien aus den getüpfelten Hügel zu kommen. Eine Tasse Tee, Doktor. Mit Zucker, ja. Nur keine Angst, kommen Sie bitte. Ähm, ja, ich komme. Sehr schön. Herzlich willkommen. Ich bin Wookie. War es zu glauben? Ein Wolkenkamel. Nehmen Sie bitte zwischen meinen Höckernplatz. Das ist jetzt, wann so viel ich weiß, sehr bequem. Danke schön. Na, wo brennt's denn, Doktor? Ich erklärte meinem neuen Freund alles vom Marmeladenbaum und fragte ihn, ob er ihn irgendwo gesehen hätte. Och, wie hofften wir alle, dass Wookie wusste, wo er war. Ein fliegender Baum? Nein, tut mir leid. Frag mal die Schafe. Hallo, Schafe! Oh, es mussten wohl die Schafe aus irgendwelchen Wiegenliedern sein, denn ich merkte, wie ich auf einmal unendlich müde wurde. Nein, 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 bitte keine Wiegenlieder. Hat jemand von euch einen fliegenden Baum gesehen? Ist gut, starke, danke. Oh. Leider nein, Doktor. Oh, wie schade. Was denn, müssen Sie schon gehen? Ich muss ihn finden. Danke für die köstliche Tasse Tee. Sie sind immer willkommen, Lamentel Traumlamp-Doktor. Oh, wiedersehen, Wookie. Wir kommen sicher irgendwann mal vorbei. Und so verließen wir Wookie und seine Traumschafe und setzten unsere Suche nach dem Marmeladenbaum fort. Das Weltall ist ja so unermesslich groß. Konnte man da überhaupt einen verloren gegangenen Baum finden? Wir reisten von Planet zu Planet, von Mond zu Mond, aber nirgendwo eine Spur vom fliegenden Marmeladenbaum. Wir landeten auf Schwammi und rutschten durch in den Dolch. Dann landeten wir auf Springi. Nun ja, wir versuchten es jedenfalls so. Dann durchkämpften wir Hari. Aber weder hier noch auf dem nächsten Planeten, der aussah wie ein Himbeerbonbon, konnten wir ihn finden. Ah, jetzt hab ich dich. Halt, halt, pass doch auf, was machst du? Ploff Ploff war außer Kontrolle geraten und entschienen, als würden wir abstürzen. Oh, nochmal gut gegangen. Nichts passiert. Nichts passiert, sagt er. Wo sind wir, Doktor? Weißt du, Schirmchen? Vielleicht wieder zu Hause. Aber das stimmte überhaupt nicht. Es war alles überaus merkwürdig. Die Blumen waren viel größer und auch die Äpfel. Und erst die Tomaten. Zu essen gab es hier jedenfalls genug. Sagtest du Essen? Äh, ich sage... Hast du tatsächlich Essen gesagt? Nun ja, was soll man sonst mit einem Apfel tun? Hast du gehört, was die kleine hässliche Pflanze eben gesagt hat? Ja, scheußlich. Lass uns weitergehen. Aber ich bin keine Pflanze. Keine Pflanze. Keine Pflanze. Keine Pflanze. Wie sehen die überhaupt aus? Keine Wurzeln. Und keine Blätter. Keine Blätter. Wer bist du? Lauft weg. Aber die Sonnenblumen waren zu schnell. Wir wurden entzingelt und mussten zum Palast des Kaisers. Nein, ich habe keine Pflanze. Doch, doch. Ich bin eine Mauseblume. Der Kaiser des Blattes weiß. Der Marmeladenbaum. Der Marmeladenbaum. Der Marmeladenbaum. Wir haben dich überall gesucht. Wie sprichst du mit mir? Ja, weißt du denn nicht mehr, wer ich bin? Oh doch, du bist der verrückte Dr. Schnuggles. Sperrt ihn ein. So viel stand fest. Das Fliegen war dem Marmeladenbaum zu Kopf gestiegen. Ja, aber wieso ist ja euer Kaiser... Weil er fliegen kann. Aber los, los, weiter. Sie brachten uns zu einem Gefängnisbaum. Und wir wurden hinter dicken Gittern eingesperrt. Was sollten wir tun? Oh, ist er nicht wunderbar. Lang lebe der Kaiser. Ein schöner Kaiser. Ich will jetzt etwas ruhen. Dann fliege ich wieder zu eurer Erbauung. Knabber, die Maus. Hat eine Idee. Noch ein wenig Geduld, Doktor. Falls du jemals einen Tunnel graben willst, dann frage den Dachs und die Hasen um Rat. Wir waren nun frei. Die Pflanzen warteten darauf, dass ihr Kaiser aufwachen möge. Und wir hofften, dass sie uns nicht bemerkten. Euer Kaiser ist erwacht. Unser Kaiser ist erwacht. Nun will ich wieder für euch fliegen. Psst, Snuggles. Knabber. Da siehst du, was dabei rauskommt, wenn du Bäume fliegen lässt. Das ist mein Werk. Du hast die Lederriemen durchgenagt, ja? Der ist gar kein fliegender Baum. Er hat uns angeschmiert. Genau, die Flügel waren nur angebunden. Dann dürfte ich etwas dazu bemerken. Es ist meine Schuld. Ich habe einen fliegenden Baum aus ihm gemacht. Das kannst du? Es ist ihm zu Kopf gestiegen, fürchte ich. Wir verbannen ihn. Frau Grüne Planeten. Schon gut, wir nehmen ihn mit. Und so flog Ploff Ploff zurück zur Erde mit dem Marmeladenbaum im Schlepptau. Ich musste feststellen, mit einem Marmeladenbaum hinten dran fliegt es sich nicht so schnell. Aber endlich sahen wir die gute Mutter Erde wieder vor uns. Bald ist es geschafft, Kinder. Hurra! Es wird auch höchste Zeit. Immer denselben Käse. Sogar Ra schien glücklich zu sein. Er spielte ein paar seiner schönsten Lieder für uns. Oh, was ist denn Ra? Gefahr, Gefahr. Gefahr? Wart mal. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Gefahr? Wird es schlimm, ja? Ist es... Na, das hat uns gefehlt. Was ist denn? Es ist Himmelbett, Freddy. Der berüchtigte Pirat. Nuggles, hörst du mich? Ja, ja, du brüllst ja laut genug. Ich fordere dich zu einer Kissenschlacht heraus. Ich will nämlich den Baum, der dahinten bei der Strand hängt. Aus seinem Holz kann ich Betten für meine Flotte bauen. Es schienen Hunderte zu sein. Aber da half kein Zaudern. Er würde nicht nachgeben. Wir mussten mit ihm kämpfen. Ich konnte ihm schließlich nicht einfach den Marmeladenbaum geben. Oder? Keine Angst, alter Baum. Ich habe doch mein Schirmchen mit. Natürlich, wie immer. Willkommen an Bord. Ha, 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 ha. Aufgepasst. Vorwärts! Vorwärts, Kamerat! Auf in die Schlacht! Ich konnte nur hoffen, dass sie so laut schrien, weil sie selbst Angst hatten. Sonst konnte die Sache wirklich brenzlig werden. Und wenn es das nächste Mal schneit, dann sind es vielleicht wieder Federn vom Himmelbett Freddy und seinen Piraten. Hoch über den Wolken. Ich merkte, wie ich allmählich müde wurde. Es kamen immer mehr Kissen und Kissen und Kissen, die ich zurückschlagen musste. Los, weiter! Keine Kissen mehr! Was? Keine Kissen mehr? Psch, wackelt, ich ergebe mich. Du hast gewonnen. Und das nächste Mal, wenn es zum Schnee plötzlich Regen wird, dann ist es sicher wieder Himmelbett Freddy, der um seine verlorene Schlacht heult. Und so flogen wir weiter und bald würden wir zu Hause sein. Fräulein Reinlich, meine Haushälterin war eine Woche bei ihrer Freundin Madame Ethepetete gewesen und sollte heute wieder nach Hause kommen. Brrrr, die Reinlich ist wieder da. Hey, Fräulein Reinlich ist zurück. Und der Doktor? Keine Ahnung. Bin im Weltall, komme bald wieder. Schnabbel's. Wütend wollte Fräulein Reinlich wieder zu ihrer Freundin Madame Ethepetete zurückfahren. Als sie ein merkwürdiges Gebrumm hörte, das vom Himmel kam. Das wird er wohl sein. Ich seh doch nicht. Doch, da, er ist es. Dr. Schnagels. Au! Fräulein Reinlich, wie nett uns willkommen zu heißen. Die Gute, ich konnte Sie schon verstehen. Wer kriegt schon gern eine Raumschifftür in den Kopf? Nie wieder. Der Marmeladenbaum war glücklich, wieder zu Hause zu sein. Und vom Reisen und vor allem vom Fliegen hatte er wohl für lange Zeit genug. Hurra! Da bist du ja wieder. Ja, ich bin zurück. Och, ich bin ja so froh. Und das sparen wir alle. Ich bin ja so froh. Ich bin ja so froh. Untertitelung. BR 2018